Meine lieben Freunde Willkommen zurück zu Clash of Clans. Ihr seht schon ich habe ein Layout hier rein probiert. Habe auch schon ein paar Maulen gemacht wie man sieht. Ja soeben ist Luftdorfwehr fertig geworden. Können ihn allerdings noch auf Level 2 machen. So wie ganz viel anderes Zeug noch auf Level können. Zum Beispiel Clansburg auf Level 2. Ja und dann sammle ich eben eben das ganze Zeug an was ich nicht einsammeln konnte. Gut dann Exil Sammler, Goldmine und jetzt möchte ich euch ganz gerne was zeigen. Und zwar liegt hier so wunderschön ein kleiner Pfeil. Ah ich brauche einen Bauarbeiter. Ja dann mach es. Mach das mal so. Ist jetzt auch nicht schlimm. Wir brauchen einen Bauarbeiter um das Ding wieder aufzubauen. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Egal Juwelen kriegen wir sowieso genug noch. noch. So man sieht alles kaputt. Ne. Die hier haben alle kein Level. Doch Meisterhütte Level 1. Hä? Das ist die Meisterhütte Level 1? So eine Ruine? Das dachte man sich die ganze Zeit. Und um sie zu reparieren müssen wir sie direkt auf Level 2 bringen. Habe ich nie so wirklich verstanden warum das so ist. Es ist merkwürdig. Ja noch ist es so dass der beste Angriff gewinnt. Ja noch. Ja noch. Ja noch. Ja noch. Ja noch. Ja. Ja. Ja aber das wird bald rausfallen das ganze. Wird bald rausfallen. 12.000 Elixi haben wir jetzt nicht, das einzige was ich jetzt noch machen kann ist Mauern hinstellen. Ja mehr geht nicht. Und das ist so im Prinzip die Bauarbeiterbasis, mehr gibt es da auch nichts zu tun. Wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Clash of Clans. Bis dahin und ciao.